Musik Hi, ich bin Lavinia von der Janssen Group aus Twist 10. Letztes Jahr hatten wir die Ehre, mit diesem schönen Preis ausgezeichnet zu werden, den Marketingpreis der Stadt Kevela. Das war echt ein mega cooler Abend, der uns auch noch mega lange in Erinnerung bleiben wird. Auch dieses Jahr wird der Preis wieder verliehen und deswegen sind wir jetzt auf eure Vorschläge angewiesen. Wenn ihr eine Idee habt, wem dieser Preis noch gut stehen könnte, dann schreibt jetzt einfach eine E-Mail an die Wirtschaftsförderung.